Das ist ja wirklich das Schönste. Sie bedanken sich den ganzen Tag bei all Ihren liebsten Menschen. Ihrem Lieblingsbäcker, Ihren Lieblingskollegen oder Ihrem Busfahrer, weil der mal nicht nur grimmig guckt, sondern auch mal einen Witz macht. Das habe ich noch nicht erlebt, aber soll es geben. Naja, aber Berlin sagt Danke auf 94.3 RS2 jetzt in der Vorweihnachtszeit und das macht natürlich uns auch sehr, sehr viel Spaß, weil Freude teilen einfach gut ist. Und weil die, vor allen Dingen die wir überraschen, nichts davon wissen, dass sie so ein tolles Geschenk bekommen. Jetzt überraschen wir Thomas aus Köpenick, der trainiert Kinder für Fußball. Das macht er sozusagen als Hobby, aber hauptberuflich ist er Softwareentwickler. Der weiß von nix und dieser Softwareentwickler Thomas sitzt gerade im Büro und wir werden ihn ein bisschen in die Irre führen. Hallo? Hallo, ja. Hallo, hier ist 94.3 RS2, Berlin, diejenige ist mein Name. Okay, ja. Ist da Thomas Dietrich? Ja, bin ich. Cool, Thomas, ich habe ein Problem. Du bist Softwareentwickler und mit meiner Software stimmt was nicht. Meinst du, du kannst mir kurz helfen? Okay, was denn? Also ist es so, wir haben hier so eine Telefonanlage, die funktioniert mit AVC irgendwie und immer wenn man jemanden anruft, ist noch jemand in der Leitung. Einfach total wahllos. Was kann das sein? Keine Ahnung, AVC kenne ich mich jetzt nicht aus. Also immer wenn wir sprechen, ist da noch irgendjemand Fremdes dran. Ich glaube schon wieder. Das ist doch ganz gut, dass du jetzt mal dabei bist. Vielleicht kannst du dir das mal anhören, was das sein könnte, ja? Okay. Hallo? Ja, hallo. Hallo, hier ist Bettina. Hey, was machst du denn hier? Ich wollte mich bei dir bedanken für die Arbeit, die du beim SV Ascalia Krippenweg machst, dass du meinen Sohn trainierst, dass du so viel Zeit in die ehrenamtliche Arbeit steckst und die Gehjugend mit ihren zarten Altern von 5 bis 7 immer so motivierst. Das ist ja lieb. Einfach danke. Hallo Bettina, schöne Überraschung, ne? Bettina, du hast einen kleinen Knirps zu Hause und der Thomas trainiert die ganzartig immer, ja? Genau. Also mein Sohn ist jetzt 5 und Thomas behält immer die Ruhe, gerade bei dem Haufen von Kindern und es ist wirklich eine tolle Arbeit, die er leistet. Dankeschön. Mir macht Spaß. Also, das ist eine Überraschung, ne? Das ist eine Überraschung. Du fährst zum Training immer mit der Bahn. Wie machst du denn das mit den ganzen Bällen und Outfits und so? Du musst dir doch total viel schleppen. Muss ich halt mal das Auto von meiner Freundin sozusagen beschlagnägen. Ja, nee, musst du nicht. Okay, muss ich nicht. Hallo? Ja. Bettina würde dir gerne zusammen mit allen Jungs aus dem Training und zusammen mit uns und Renault König dir in dieser Sekunde einen nagelneuen Renault Clio schenken. Das ist ja Hammer. Geil. Das ist toll. Ja, dann haben wir, würde ich mal sagen, Ascania Mobil, oder? Genau. Super. Ja, herzlichen Glückwunsch. Krass. Etwas sprachlos gerade. Und es ist ein tolles Auto. Da passt wahnsinnig viel rein. Es ist brandneu. Es hat nur ein paar Kilometer runter. Ich glaube, 10 maximal. Und du kannst es für immer und immer und immer behalten. Und das alles hat dir die Bettina ermöglicht. Krass. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Gar nichts. Fahr los und fühl dich wohl. Dankeschön. Berlin sagt Danke auf 94.3.